Jetzt auf OE24 TV. Klimawandel, die große Diskussion. Im Studio zu Gast Christiane Brunner, Michael Staudinger, Susanne Winter, Ronny Seunig und Michael Bernhard. Durch die Sendung führt Conny Kreuter. Zuerst eine Hitzehölle, die seinesgleichen sucht und im Anschluss weltuntergangs ähnliche Gewitter. Wir fragen heute bei unseren Experten nach, gibt es denn einen Klimawandel? Und wenn ja, ist es vielleicht sogar schon zu spät, ihn zu stoppen? Oder haben wir vielleicht noch eine Chance, wenn wir jetzt handeln? Und damit herzlich willkommen zur heutigen großen Diskussionsrunde hier auf OE24 TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit mir am Tisch eine großartige Expertenrunde. Wir haben Sie gerade eben gesehen und ich darf Sie auch nochmal selber vorstellen. Neben mir Umweltsprecherin der Grünen, Christiane Brunner. Grüß Gott. Guten Abend. Umweltsprecher der NEOS, Michael Bernhard. Guten Abend. Neben mir der Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Dr. Staudinger. Grüß Gott. Guten Abend. Nationalratsabgeordnete Susanne Winter. Hallo. Und zu guter Letzt noch Ronny Seunig von der Plattform, Herausgeber der Plattform AllesRotscher. Schön, dass Sie alle heute zu uns gefunden haben. So wie wir hier am Tisch sitzen, haben wir ja in den letzten Wochen, Monaten, aber auch Jahren das Wetter natürlich auch am eigenen Leibe gespürt. Faustgroße, Hagelkörner, Murenabgänge, Hitzespitzen, muss man schon sagen, die vielleicht auch sogar untypisch sind. Dazu kommen wir dann später. Ist das alles noch normal? Gibt es einen Klimawandel? Ja oder nein? Das werden wir heute in der ersten Fragerunde dem auf den Grund gehen. Und wir starten bei Ihnen, Herr Sornig. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Gibt es einen Klimawandel oder ist das alles nur leeres Gerede? Also der Klimawandel als solcher ist garantiert in keiner Weise zu leugnen. Abgesehen davon wandelt sich das Klima, glaube ich, auf diesem Planeten permanent, da es sich um einen Planeten im Wandel handelt. Also muss sich auch das Klima zwangsläufig wandeln. Das bleibt ja nicht erspart. Das ist ja kein Geheimnis, dass das seit Jahrmillionen oder vielleicht sogar Jahrmilliarden bereits so stattfindet. Und eben jetzt befinden wir uns wieder in einer Zeit, wo wir uns vielleicht, vor allem mit unseren Messmethoden, die wir entwickelt haben, etwas fühlbarer näher bekommen. Vor allem natürlich durch die Medien, vor allem natürlich durch die Politik, wo uns weisgemacht wird, dass das ungewöhnlich ist. Tatsächlich ist es aber mit Sicherheit so, dass sich das Klima permanent und immer wandelt und wandeln wird. Ich höre da eine leise Kritik an die Politik. Nicht nur, nicht nur, also auch an die Medien. Man muss sich ja anschauen, woher kommt denn dieser Hype des Klimawandels so plötzlich her. Das Klima, wie gesagt, wandelt sich permanent. Aber seit wir einen El Gore gehabt haben mit einem Film, der den Klimawandel plötzlich in ein völlig anderes Licht rückt, wird die Menschheit, ja, ich sage einmal, bombardiert, speziell natürlich von der Politik und den Medien, dass wir etwas dagegen tun sollen oder etwas dagegen tun können. Und da, glaube ich, stellt sich dann schon sehr die Frage, wie sinnvoll ist so eine Diskussion. Das heißt, sehr praktisch, wir haben ja hier auch Politiker sitzen. Starten wir gleich mit Ihnen, Frau Brunner. Was sagen Sie zu der Aussage vom Herrn Seunig, dass es ein bisschen zu hysterisch gemacht hat? Also der Klimawandel ist kein Hype, sondern ist die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts. Und natürlich hat es immer Klimaschwankungen gegeben. Das Klima hat sich immer gewandelt. Aber die Klimakrise, vor der wir jetzt stehen, die ist ganz eindeutig von Menschen verursacht. Vom menschlichen Beitrag, nämlich von der Verbrennung fossiler Energien. Und wir erleben das, wir erleben das nicht nur in Österreich. Das, was wir jetzt sehen an Hitzewellen, an Extremwetterereignissen, genau das sagt die Klimawissenschaft. Und 99 Prozent aller Klimawissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, sind sich einig, dass Symptome des Klimawandels einfach sind, wenn Wetterereignisse häufiger auftreten und immer extremer auftreten. Und das sehen wir jetzt einfach hier bei uns in anderen Regionen der Erde ringen Menschen auch ums Überleben. Und jeder, der verantwortungsvoll handelt und diese Entwicklungen sieht, sieht die Herausforderungen, was hier zu tun ist. Ich möchte aber sagen, dass wenn wir klimapolitisch agieren und Klimaschutz auch ernst nehmen, dann da auch total viele Chancen drin liegen, gerade für die österreichische Wirtschaft. Also Österreich ist ja so gut aufgestellt wie kein anderes Land. Deswegen finde ich die Diskussion, gibt es einen Klimawandel oder nicht, auch ein bisschen müßig. Ich würde mich lieber darüber unterhalten, was tun wir jetzt, welche Maßnahmen setzen wir, um dieser Herausforderung zu begegnen, aber für Österreich auch die Chancen zu nutzen. Klimakrise, Herr Seunig. Ja, das ist genau das, was ich meine. Dieses unglaubliche Aufbauschen der Politik. Nämlich nicht nur, speziell natürlich von den Grünen wollen sie ja die Menschheit sowieso als solches retten, aber jetzt wollen sie auch noch die Welt und das Klima retten. Finde ich genial, als politischen Aufhänger schon, aber in der Realität macht da wenig Sinn. Wenn man sich anschaut, jetzt der CO2-Ausstoß oder was wir als Menschen da verursachen. Ich glaube, Sie haben da wesentlich bessere Daten in der Hand, aber wir liegen bei 400 ppm, das sind diese Partikel pro Million, also 0,04 Prozent ist der Anteil des CO2 in der Atmosphäre an allen Gasen. Und davon sind menschengemachte zwei Prozent. Das heißt irgendwie, und das ist leider Gottes so dieser Vergleich für mich ja sehr, wie soll ich sagen, bildlich, wenn man ihn darstellt, wenn in einem Turnsaal eine Fliege furzt, dann schreit die Politik um Gasmasken, weil wir alle erstinken. Also das ist absolut nicht zielführend. Das Klima zu schützen vor uns, also wie soll das gehen? Wir sind ein Teil der Natur, wir sind genauso natürlich wie, ich sage jetzt einmal, der Rest, was sich auf dem Planeten bewegt. Und die fossilen Brennstoffe, die wir verbrennen, ob wir damit jetzt Elektroautos betreiben, sprich mit den fossilen Brennstoffen Batterien laden und dann die Batterien in den innerstädtischen Bereichen etwas sauberer betreiben, ist in Ordnung, kann man darüber diskutieren, aber es bleibt Humbug. Also ich weiß nicht, wenn Sie einen Cocktail vor sich hätten, wo nur ein Tropfen Zürcher und Kali drinnen ist, macht das vielleicht nicht so viel Prozent aus, aber Sie würden ihn auch nicht... Da reden Sie nicht so 0,00000 Josef, ich habe Sie auch nicht unterbrochen, ist mir auch schwer gefallen. Würden Sie ihn trotzdem nicht trinken, auch wenn der Prozentsatz nicht so groß ist. Und es geht nicht darum, das Klima zu schützen, sondern es geht darum, auf unserem Planeten das Leben für die Menschen erträglich, zu halten. Wir können den Klimawandel nicht mehr aufhalten, aber wir können jetzt noch entscheiden, können wir ihn eindämmen oder nicht. Wir können jetzt entscheiden, werden Millionen Menschen, Flüchtlinge, aufgrund des Klimawandels flüchten müssen oder nicht. Werden Kinder in einer gesunden Umwelt aufwachsen können oder nicht. Diese Entscheidung haben wir in der Hand und ich nehme das sehr, sehr ernst und ich verwehre mich zutiefst, wenn das jemand als Hysterie bezeichnet. Das ist unsere Verantwortung. Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt, aber die letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Und ich nehme diese Verantwortung und wir Grünen nehmen das sehr ernst. Frau Winter, Ihnen brennt auch was auf der Zunge, ich sehe es schon. Nicht nur die warmen Temperaturen, sondern auch nur für sich. Zu El Gore. El Gore will natürlich immer die Welt retten und er hat ganz einfach nicht verkraftet, dass er amerikanischer Präsident worden ist. Und die Grünen sind meiner Meinung nach nichts anderes als Erfüllungsgehilfe des Ganzen. Dass es einen Klimawandel gibt seit Anbeginn der Zeit, das ist unbestritten. Das hat niemand in Frage gestellt, auch ich nicht. Anno, dazumal wie diese Große, wo ich als Klimaleugner hingestellt worden bin und Ähnliches, hätten es genau zugehalten, hätten es gewusst, dass ich ganz was anderes gesagt habe. Aber egal. Ich glaube ganz einfach, es ist so, dass wir sehr wohl die Menschen darauf aufmerksam machen müssen, welche Gefahren durch den Klimawandel auf sie zukommen. Aber dass wir den Klimawandel als solches verändern können oder verhindern können, davon bin ich ganz sicher überzeugt, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist. Es ist zum Beispiel nicht in keiner Weise wissenschaftlich erwiesen, dass die Anzahl von CO2 oder das CO2 als solches als giftig dargestellt wird. Das ist überhaupt etwas. Sie trinken auch CO2 in flüssiger Form, wenn Sie hier trinken zum Beispiel. Und es freut mich ja wirklich sehr, ich freue mich auf die nächste Gesetzesperiode, wenn Herr Dr. Taschner tatsächlich in den Nationalrat kommt und dort auch noch zuständig ist von der ÖVP aus, für die Klimapolitik unter Umständen. Denn er ist ja mehr oder minder auch auf unserer Linie, dass er sagt, die Menschen warnen, Umweltschutz in jeder Form, aber das Klima ändern, das können wir Menschen nicht. Das ist von ganz anderen Faktoren abhängig. Herr Bernhard, wenn eine Fliege furzt, wird das groß aufgebauscht. Ist das so? Machen Sie das? Also über die Fliege und deren Geräusche kann ich wenig sagen, aber ich finde die Diskussion schon überraschend, weil Klimawandel existiert, gibt es mal eine Einigkeit. Die Frage, ob er von Menschen gemacht oder verstärkt ist, ist die wesentliche. Und in der Wissenschaft ist die relativ unbestritten. Und der Wandel beschleunigt sich durch das menschliche Handeln. Wenn ich jetzt einen Wandel habe, der sich auf 10, 100 oder 500.000 Jahre verstreckt, wo sich Flora und Fauna tatsächlich an diesen Wandel anpassen können, ist es ein ganz anderes Resultat, als wenn das in wenigen Dekaden stattfindet oder eineinhalb Jahrhunderten. Und genau das ist das Problem, das wir als Politik derzeit haben, dass wir sehen, dass die Beschleunigung des Wandels dazu führt, dass sich Gesellschaft, Mensch, Tier, Umwelt nicht im gleichen Ausmaß anpassen können, wie das früher der Fall war. Das ist die Frage, die die Politik hat. Und da gibt es extrem konkrete Antworten, die überhaupt nicht, finde ich, Teil der Diskussion sein sollten, sondern vielmehr der Fokus darauf, was macht man in Zukunft, dass es gut wird. Und da möchte ich eines hervorheben, nämlich den Klimasachstandsbericht, der sich mit Österreich beschäftigt hat, von einer großen Anzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sehr exakt gesagt haben, 2 Grad Klimaerwärmung auf der Welt bedeuten 4 Grad im inneralpinen Raum. Das bedeutet Vermurrungen, Lawinen, die Unbewohnbarkeit von bestimmten Landstrichen in Österreich. Und hier als Politik nicht zu reagieren, wäre fahrlässig. Und genau das ist unsere Aufgabe. Frau Winter, Ihnen lag vorher auch schon was auf den Lippen? Sie können es jetzt loswerden. Wenn es nicht mehr heißt, 99 Prozent der Wissenschaftler bringen zum Ausdruck, dass das menschengemachte CO2 die Ursache für den Klimawandel ist. Sie meinen den ICCP vermutlich. Da sind aber nicht einmal 99 Prozent der Wissenschaftler drin vertreten, sondern es gibt zum Beispiel auch eine Petition von über 30.000 Wissenschaftlern, die dafür sind, die sagen, dass das einfach ein Unsinn ist, dass man behauptet, den Klimawandel können wir nicht vorhersagen. Wir wissen genau, dass das von den Sonnenflecken abhängt, dass das von dem Meer abhängt, dass das von den Temperaturen, dass zum Beispiel das Meer erst nach 600 Jahren reagiert, wenn die Umstände kälter werden. Dass es vom Meeresspiegel abhängt, von so vielen Dingen. Ich finde es ein Vermessen, dass der Mensch behauptet, er kann das Klima beeinflussen. Die Umwelt, ja, ich bin für jegliche Form von Umweltschutz. Ich bin gegen das Plastik, ich bin gegen, was weiß ich, alle gentechnischen Dinge und, und, und. Und das sollte man vorantreiben. Und auf den Klimawandel als solches sehr wohl eingehen und den Menschen helfen, diesen Klimawandel gut zu überstehen. Das wäre die Aufgabe der Politik. Wenn wir nichts tun, werden wir ihn nicht überstehen. Ja, was wollen wir denn tun? Es gibt natürliche Kreisläufe und es gibt einen natürlichen Klimawandel, ja. Aber es gibt den von Menschen verursachtenden Klimawandel. Indem man ganz einfach Daten sich anschaut und Messreihen sich anschaut, wo sehr wohl erwiesen ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Verbrennung von fossilen Energieträgern und einem massiven Anstieg von der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. CO2 ist ein Gas, das am Boden bleibt, das steigt vorne in die Höhe. Einen massiven Anstieg der durchschnittlichen globalen Temperatur. Und die Wissenschaft sagt sehr genau, eine durchschnittliche Erwärmung von 2 Grad auf der Erde, der Kollege hat es schon gesagt, bedeutet für Österreich 4 Grad. Also Österreich ist überdurchschnittlich betroffen vom Klimawandel. Aber wärmere Zeiten waren immer prosperierende Zeiten auch, was durchaus positiv ist. Aber wir schauen ja nicht auf wärmere Zeiten zu, sondern innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums mit einem... Also wenn wir nicht handeln, werden wir bis zum Ende des Jahrhunderts einen Temperaturanstieg von durchschnittlich 6, 7 Grad haben. Aber das ist ja genau das, was die Politik macht. Ein Szenario zeichnen... Eben, die erste Unseriösität ist ja schon wieder, wenn Sie erwähnen, 99%. 99% das ist eine Zahl, die Sie in den Raum werfen, damit Sie ja noch viel ausschauen. Die Wahrheit schaut nämlich ganz anders aus. Seriöse und anständige Wissenschaftler haben sich tatsächlich zusammengeschlossen, um genau gegen diese Propaganda vorzugehen. So ist es nämlich in Wahrheit und das ist die Tatsache. Und da rede ich nicht von 99%, reden Sie meinetwegen von 60% oder reden Sie von 53%, damit Sie eine Mehrheit haben. Also die Studien, die es gibt, um den Klimawandel zu widerlegen, die sind alle sehr, sehr leicht widerlegen. Umlassen von systemkonformen Wissenschaftlern und dann werde ich wahrscheinlich von denen 99% rausbringen. Aber Sie wissen ja, keiner Studie sollen Sie glauben, die Sie nicht selber fälschen. Aber ich glaube gerade, wenn man den Klimawandel stärken will, ist das nichts, was systemkonform ist, weil die Bekämpfung der Klimakrise bedeutet sehr viel Systemänderung. Diese Studien, wenn Sie genau hinschauen, wer die Wissenschaftler sind, die eingeladen werden, diese Studie zu machen, die sind sehr wohl ausgesucht. Das ist nicht so, dass da unabhängige Institute tatsächlich in Frage kommen. Die lässt man außen vor, weil das einfach besser passt. Aber ganz kurz noch dazu, der CO2-Ausstoß. Wenn wir eben diese Verlogenheit der Politik, man geht auf die Menschen los, in Wahrheit unterstützt man Industrien damit wieder und bestraft die Menschen dafür. Die Wahrheit ist, wir haben in der Schifffahrt und in der Luftfahrt einen derartigen Ausstoß, auf den niemand losgeht. Der ist völlig normal und ist okay, ist kein Problem. Da sind wir bei einem sehr hohen Prozentsatz. Und dann haben wir eines, von dem reden wir hier in Österreich gar nicht, weil es uns ja nicht betrifft direkt. Das ist das Abfackeln. Abgefackelt wird an jeder Ölquelle. Dieser Ausstoß von CO2 dort, rechnet man ungefähr von 25 bis 30 Prozent des gesamten menschlich gemachten CO2. Auch die Polkappen schmelzen, gibt es bereits Studien, dass dieser Ruß, der sich dort niederlegt an den Polen, eben schwärzt und dadurch das Licht weniger bricht. Aber jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil Sie sagen ja, dass das alles gar nichts ausmacht, weil der Mensch eh keinen Beitrag leistet. Ich sage sehr wohl, dass es etwas ausmacht. Ich halte den Begriff auf jemanden losgehen ohnehin. Ich halte den Österreicher gesetzschaffen, das den Amerikanern, den Russen oder den Chinesen verbietet, abzufackeln. Da möchte ich gerne dabei sein. Ja, das haben Sie verpasst, weil das war nämlich in Paris. Es gibt den Klimaverdruck von Paris. Der Herr Trump ist da jetzt im Rückwärtsgang. Aber der Herr Trump hat auch ein Ablaufdatum. Also wenn Sie jetzt behaupten, der Herr Trump ist der Einzige, der da jetzt logisch denkt, ist das schon eine schwierige Geschichte, weil ich glaube... Aber die Frage ist, es gibt ein internationales Abkommen, wo die Weltgemeinschaft sehr wohl sagt, sowohl Umweltschutz wie auch im Sinne des Klimas, es geht in eine bestimmte Richtung. Und da geht es ja genau um den Ausstieg aus der fossilen Energie bis 2050. Mögen die US-Amerikaner jetzt ein bisschen später anfangen, aber das ist nicht, was Österreich bestießt, sondern was Österreich mit weiteren über 190 Staaten bereits beschlossen hat. Und wie umgesetzt wird, das kommen wir auch davon aus. Das ist jetzt der Anfangspunkt. Und da würde ich auch gerne diskutieren. Wie wir das umsetzen. Das ist nämlich der wesentliche Punkt. Weil es einfach nicht machbar ist. Aber ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, was mit dieser Klima- oder mit dieser CO2-Diskussion zu tun hat. Wie wollen Sie dann in der Zukunft Vulkanausbrüche oder Waldbrände oder sowas verbieten? Jetzt erkläre ich Ihnen, das ist jetzt einige Jahre her, ich bin sehr viel in Australien. Da brennt ein Waldgebiet so groß wie Österreich zwei Monate lang. Das ist eine Rauchwolke. Ich habe in dieser Rauchwolke diese zwei Monate gelebt. Mittendrin. Es ist uns nichts übrig geblieben. Zeitweise hat man im Garten nicht richtig rausgesehen. Das Licht war meistens so rot. Da ist so viel CO2 in die Luft geblasen worden. Das schaffen wir Menschen in den nächsten 100 Jahren nicht, was da raufgegangen ist. Und genauso bei den Vulkanausbrüchen, bei den wirklich großen, weil Sie sagen, Sie haben das erwähnt, dass sich Fauna und Flora nicht anpassen können. Es hat Perioden auf diesen Planeten gegeben, die tatsächlich über Nacht oder beziehungsweise in kurzer Zeit komplett das Klima verändert haben. Also um viele Grade, nach unten oder meistens nach unten, weniger nach oben. Um wie viele Grade? Naja, ich weiß nur, dass es irgendwann einmal so um die Jahrhundertwende, muss ich sagen, sehr groß, hat es einen Vulkanausbruch gegeben, der eine riesen Hungersnot ausgelöst hat, weil die Ernten ausgefallen sind, weil einfach zu wenig Sonnenlichteinstrahlung war. Also solche Dinge haben wir auch schon gehabt. Und die Fauna und Flora hat sich auch da angepasst. Oder zum Teil. Aber nur, das war nicht menschengemacht. Das war dann ein böser Vulkan gemacht. Und den sollte man vielleicht mit grünen Gesetzen irgendwie zum Schweigen bringen. Ich würde nur gerne auch einmal den Herrn Direktor der ZAMS zu Wort kommen lassen. Sie haben immer wieder den Kopf geschüttelt, dann auch wieder genickt. Und die Gedanken hätte ich jetzt noch gerne einmal, dass Sie mit uns teilen. Es ist sehr viel gesagt worden. Das mit den Vulkanen, was ich gesagt habe, das stimmt. Ja, Tempura, die Mitteltemperatur ist für ein, zwei Jahre um ein, zwei Grad runtergegangen. Und das waren Missernten, das waren politische Umwälzungen, die sich daraufhin ergeben haben, sowohl im 19. Jahrhundert als auch Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das war eine Riesentragödie. Absolut. Und das waren sämtliche Klimaänderungen, die kleine Eiszeit, die es gegeben hat im Mittel. Das waren wirklich einschneidende Erlebnisse. Und die sind zum Teil für uns gar nicht mehr so zugänglich. Wie ist den Leuten wirklich gegangen? Es ist Hexenverfolgern, das war ein Teil von der Klimaverschlechterung zu der Zeit, wo die Leute gepanigt haben. Man hat es sich nicht erklären können und es war eine richtige Panik. Das waren natürliche Faktoren. Die gibt es immer auch. Nur sind jetzt in den letzten vier, fünf Jahrzehnten die menschlich verursachten Faktoren wesentlich stärker als die natürlichen Faktoren, die es derzeit gibt. Wenn es morgen einen Riesenvulkan gibt, der kann wieder in die Größenordnung kommen von den menschlichen Faktoren. Kann morgen passieren. Kann in 20 Jahren passieren, kann in 50 Jahren passieren. Aber das, was jetzt von unseren, menschlich sagt man so, Politik oder Industrie, von uns allen mit Konsum, was in die Atmosphäre rausgeht, das ist relativ viel. Und Sie haben zuerst die Zahl genannt, absolut richtig von 400 Parts per Million. Und Sie haben, Frau Wintermann, gesagt, das ist nicht giftig. Absolut richtig, das ist nicht giftig. Nur von diesen 400 BPM sind 120 jetzt in den letzten 30 Jahren reingekommen. Also relativ viel. Ungefähr ein Drittel seit den 60er Jahren oder 70er Jahren, wo das so angestiegen ist. Und dieses Drittel hat schon sehr viel ausgemacht. Das ist nicht überall von der Auswirkung gleich. Und es stimmt, wenn ich in meinem, ich bin Wissenschaftler auch, wenn ich im Büro sitze, dann wird es ein bisschen wärmer. Und dann viele haben eine Klimaanlage, dann spüre ich das gar nicht. Ist okay. Ich sehe es bei den Statistiken, es wird bloß ein Grad. Wenn ich Betroffener bin, wenn ich Betroffener bin in der Landwirtschaft, wenn ich Betroffener bin bei einer Hitzewelle zum Beispiel. 2003, sagt man, hat man gerechnet, Mediziner haben das ausgerechnet, waren 600 Hitzetote. Und die waren nicht so wie Lawinentote gut sichtbar, weil man die große Lawine entliegt da nicht drunter, alle gehen suchen. Das waren alte Leute, die schwache Konstitutionen gehabt haben, die Kreislaufversagen gehabt haben, wo man erst im Nachhinein draufgekommen ist. Dieser Herzinfarkt war eine Hitze. Ein Grad hat sich umgebracht, oder wie? Nein, nicht das eine Grad, sondern weil es mehrere Tage, 35, 36, 37 Grad gegeben hat. Infolge. Nein, nein, bitte gleich. Dies in dieser Form vorher noch nicht gegeben hat. Und diese Hitzewellen, und das zeigen die Modelle, die werden häufiger. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen erlebt. Das ist Teil der Klimaänderung. Und diese natürlichen Faktoren, die Sie zuerst angesprochen haben, absolut richtig, ist ein Teil, diese von Menschen, von uns verursachten Faktoren, ist der andere Teil. Und die sind, wenn man davon betroffen ist, ob das jetzt in der Landwirtschaft ist, bei uns in Österreich, ob das die mediterranen Gebiete sind, wo plötzlich das Wasser um die Hälfte reduziert wird, im Jahresmittel, wo der Grundwasserspiegel absinkt. Die haben ein Riesenproblem, die haben ein Existenzproblem. Und darum ist diese, wie Sie sagen, die Medien bringen das, ich finde, die Medien bringen das zu wenig. Die Medien bringen das, ehrlich gesagt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, meine lieben Gäste, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich muss Sie nur kurz unterbrechen. Wir schauen uns das Thema natürlich noch genauer an, was liegt wirklich daran. Den Klimawandel gibt es. Soweit sind wir schon mal, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ich verabschiede kurz in die Werbung und dann sind wir gleich wieder zurück mit anderen Themen. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu unserer großen Diskussionsrunde. Heutiges Thema ist der Klimawandel und in der ersten Runde sind wir der Frage auf den Grund gegangen, ob es den Klimawandel überhaupt gibt. Wir sind uns alle einig, es gibt ihn. Wer ihn jedoch produziert, dem müssen wir noch auf die Spur gehen. Und was die Politik für einen Beitrag leisten kann, diese Frage steht noch im Raum. Beziehungsweise auch die Frage, ob das nicht vielleicht nur eine Chance ist, für die Politik volksnahe zu sein. Und da starten wir doch gleich einmal mit unseren Experten wieder rein. Frau Brunner, wie sehen Sie das jetzt? Jetzt ist Wahlkampf. Wie sehr ist der Klimawandel oder die Klimakrise, wie Sie es ja nennen, eine Chance für die Politik, sich volksnah zu zeigen und vielleicht auch einfach ein Thema am Papier zu haben? Ganz provokant gefragt. Ich glaube, dass es eine große Chance wäre. Also ich bin bei Ihnen, dass das Thema Klimaschutz, Klimawandel, Klimakrise viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Weil ich halte es wirklich für die zentrale Herausforderung des Jahrhunderts. Und ich halte die nächsten fünf Jahre für ganz entscheidend, nämlich global, ob wir die Weichen richtigstellen, ob wir die Ziele des Klimavertrags von Paris erreichen oder nicht. Ob hunderte Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen werden oder nicht. Und in Österreich, ob wir uns gut aufstellen, vorne dabei zu sein im Klimaschutz oder dann irgendwann hinten nachzudingeln. Ich bin nämlich überzeugt, dass Österreich Riesenchancen hat, wenn wir das jetzt angehen, wir haben alles, was man braucht, Technologien, Know-how, das Finanzkapital, da jetzt hineinzugehen. Und ich glaube schon, wenn man mit Menschen redet, die Menschen spüren ja, dass sich was verändert. Jeder in seiner Region nimmt wahr, dass es irgendwie nicht mehr so ganz so ist wie früher, sondern dass es eben extremere Wetterereignisse gibt. Gut, heißere Tage, weniger Schnee, dann wieder mal extrem viel anders. Also die Menschen spüren, da tut sich was. Und ich glaube, gerade in Österreich sind ja viele begeistert von der Energiewende. Das müssen wir einfach angehen. Klimaschutzmaßnahmen haben ja auch viele andere Vorteile, nämlich, dass wir Ressourcen nutzen, die in Österreich vorhanden sind. Erneuerbare Ressourcen, dass unser Energiesystem dadurch demokratischer wird. Wir haben ja auch gute Effekte bei der Luftqualität, also weniger Krankheiten auch, weniger Asthma-Krankheiten bei Kindern, weniger Kosten für das Gesundheitssystem. Es sind ja alles positive Effekte, die man angehen muss. Und ich glaube schon, dass man Menschen dadurch mitgehen kann. Denn die Politik in den nächsten Jahren trägt große Verantwortung und da müssen wir uns... Ist ja auch ein Kerngeschäft der Grünen, muss man sagen. Herr Sornich, Sie haben sich über einige Punkte jetzt schon echauffiert. Absolut, weil es ist ja tatsächlich so, ja. Also zu wenig wird es in den Medien gebracht. Es müsste viel mehr kommen, ja. Die Leute spüren das. Warum spüren es die Leute? Weil sie es jeden Tag im Radio gepredigt bekommen. Es ist wieder so heiß heute. Und wir haben einen Jahrhundertsommer, also Jahrhundert haben wir momentan nicht, aber irgendwie die letzten 15 oder 16 Jahre sind wir wieder wärmer wie vor der Zeit. Also das ist ja präsent jedes Mal, wenn es den Radio aufträgt oder wenn du nur das Wetter schaust, ja. Es ist ja nicht so, dass man nicht über das redet. Und als Kernthema der Grünen muss es ja herhalten, weil tatsächlich haben die Grünen ja etwas bewegt vor einigen Jahrzehnten. Nämlich sie haben im Naturschutz und so weiter ein Umdenken bewegt. Das war auch in Ordnung und ich glaube, dass das alle Parteien ja so angenommen haben, dass die Grünen sich irgendwann einmal sozusagen des eigenen Themas beraubt haben oder die anderen, die Grünen, beraubt haben. So, und jetzt suchen sie ein neues Thema und nachdem es immer um Weltretten geht und um Menschenretten und Geh- und Verbote, müssen sie ja das zwangsläufig als Thema annehmen. Das heißt, es ist ein politisches Kalkül oder wie sehen Sie das? Ich denke einmal, dass es sich unglaublich gut politisch vermarkten lässt, aus einem einfachen Grund, weil natürlich die Menschen vor allem Angst haben. Und wenn man ihnen Angst macht, tagtäglich, im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, was dieser Klimawandel denn alles mit uns machen wird, mit ein paar Grad mehr, wie sterben alle. Also das ist ja so die Aussage, also da sind 600 Pensionisten gestorben, weil es ein Grad wärmer wird und lauter so Sachen. Das heißt, am besten gar nicht mehr darüber reden? Nein, gar nicht darüber reden, aber das Ganze in einer vernünftigen Art und Weise behandeln und politisch auch, denke ich, einmal mit Logik und Vernunft rangehen. Aber doch nicht, da den Leuten permanent nur Angst machen, dass wenn wir jetzt, weiß ich nicht, noch mit unseren Autos weiterfahren oder unseren Hausbrand nicht verringern, dass wir jetzt dann alle sterben werden. Das wird nicht passieren. Herr Bernhard, Sie dürfen den Menschen nicht so viel Angst machen. Also die, ich bin da jetzt eigentlich in der Wirklichkeit nochmal überrascht, weil ich glaube nicht, dass wir ihnen zu viel Angst machen, sondern ich glaube, wie die Kollegin Brunner, dass es ein zentrales Thema ist. Und zwar, nochmal zurück, ich denke jetzt an das Jahr 2015. Da hat in Österreich und in Deutschland und in weiteren europäischen Staaten eine massive Diskussion rund um das Thema der Flüchtlinge, die gekommen sind, stattgefunden. Da ging es um knapp über eine Million pro Jahr. Wir haben bei den Vertragsverhandlungen zur Klimakonferenz gehört, dass wir rechnen können mit bis zu 20 Millionen Flüchtlingen pro Jahr aus dem afrikanischen Kontinent, wenn wir die Erwärmung nicht entsprechend einklinken können. Das heißt, es ist für mich ein ganz reales politisches Bedrohungsszenario. Nein, ich rede jetzt von der Sorge, die ich habe und wo ich versuche, positive und tatsächlich Lösungsansätze zu bringen, die den Menschen noch helfen. So, für mich ist die Frage, wenn eine Million schon das europäische Projekt ins Wackeln bringt, was passiert dann, wenn wir wirklich vor solchen Herausforderungen stehen? Meine Antwort wäre, und das ist auch die Aufgabe der Politik, was kann man tun, damit positive Tendenzen stattfinden und nicht Dinge, die zumindest die Wissenschaft prognostiziert. Das muss man ja einmal auch ansprechen, weil Sie sagen, die Politik macht Angst. Die Politik, und das finde ich, ehrlich gesagt, ist noch ein sehr kleiner Teil im österreichischen Parlament, nämlich abgesehen von den Neos sind es ausschließlich die Grünen, die anderen Parteien beschäftigen sich damit nicht. Da ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, die Wissenschaft sagt, es wird stattfinden. Was können wir konkret tun? Und diese Lösungen, die haben Sie jetzt auch nicht angesprochen. Sie sprechen von Angstmache durch uns, während wir von Lösungen sprechen wollen. Das ist der große Unterschied. Aber vorher müssen Sie Angst machen, damit überhaupt irgendjemand Ihrem Lösungen zuhört. Nein, ich mache nicht Angst, sondern ich spreche von wissenschaftlicher Erkenntnis und tatsächlich von Berichten, die den Parlamentariern vorgelegt werden, die man aufwärts haben lässt. Dann sehen Sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch der Kritiker an. Die sehe ich mir an. Die sehe ich mir an. Aber die sind, ich habe noch keine gefunden, die tatsächlich in einem Ausmaß fundiert waren, dass ich mich danach orientieren könnte. Meine Aufgabe, meine Aufgabe sind als Parlamentarier Maßnahmen für die Menschen, damit sie auch in Zukunft kommen. Zu den Maßnahmen kommen wir gleich vor Winter. Es geht ja auch nicht um Angstmache. Es ist ja auch wichtig, dass man die Probleme aufzeigt, die ein Klimawandel mit sich bringt. Und die Aufgabe der Politik wäre es, aber nicht den Menschen einzureden, dass wir als Politiker das verhindern können. Wir können sowieso nichts. Und wenn die einzelnen Menschen nicht mich tun, dann geschieht sowieso nichts. Dann geschieht ja nochmal Umweltschutz. Das ist es ja nicht. Sondern man muss schon auch wirklich sehen, dass diese ganze Industrie, diese Weltuntergangshysterie, die eigentlich da heraufbeschworen wird, eine gewaltige Industrie ist. Und das ist nicht, na natürlich, wie oft waren Sie irgendwo auf Ihrer Klimakonferenz. Denken Sie allein, was das an den Tourismus bringt. Denken Sie aber vielleicht, was für CO2-Ausstoß das war, wie Sie nach Paris geflogen sind und, und, und. Also, ja, da sind Sie zu Fuß gegangen oder wo auch immer hin. Das ist egal. Aber, ja, man muss das schon so verstehen, ja, das ist eine Kassandra, ja. Und in 100 Jahren, wenn wir dann draufkommen, dass alles das, was die Politik dazu gesagt hat, falsch war und dass es keine Klimaschutzmaßnahmen gibt, sehr wohl, aber Umweltschutzmaßnahmen, wird niemand diese Kassandra köpfen können. Es ist ein sehr reichhaltiges und total ungefährliches Gebiet, wo man relativ viel Geld, nicht nur relativ, sondern sehr viel Geld der Bevölkerung aus den Taschen nehmen kann. Und das ist das große Problem. Und anders wird das nicht gelöst werden. Und Umweltschutz fängt bei jedem Einzelnen an, ja. Also, das kann bei Ihnen in der Früh beim Zähneputzen anfangen, dass Sie das Wasser abdrehen und nicht rinnen lassen und bis zum, ich weiß nicht, was Sie essen und wie Sie Ihren Garten düngen und, und, und. Aber dazu muss immer jeder Einzelne selbst sich dessen bewusst sein, dass er was beitragen muss zu einer gesunden Umwelt, die wir auch gesund weitergeben wollen. Und das wäre der Sinn, dass die Politik auch darauf aufmerksam macht. Das ist meine Meinung dazu, ganz ehrlich. Ich sehe das ganz anders. Erstens geht es mir überhaupt nicht um Angstmache, sondern darauf auch auf Probleme hinzuweisen. Mir geht es aber auch darum, Menschen Hoffnung zu geben, weil ich mir anschaue, was tut sich in der Welt. Und ja, ich war bei den letzten Klimakonferenzen und ich sehe, dass sich ganze Wirtschaftszweige entwickeln im Bereich der erneuerbaren Energien, weil sich die ohnehin durchsetzen. Die erneuerbaren Energien sind die günstigsten. Die günstigen, ja. Da bin ich sehr stolz drauf. Wir haben in Österreich das Ökostromgesetz durchgesetzt. Vielleicht könnten Sie mich auch einmal ausreden lassen. In mir fällt es auch sehr schwer Ihnen zuzuhören, muss ich ehrlich sagen. Das ist wohl schon schwer, ja. Ich bin sehr stolz drauf, dass wir in Österreich als Grüne aus der Opposition heraus dazu beigetragen haben, den Ökostrom weiter auszubauen, weil er den Menschen erneuerbaren Strom zur Verfügung stellt, weil wir dadurch eineinhalb Milliarden Euro an Investitionen in Österreich ausgelöst haben und 5000 Arbeitsplätze entstehen werden. Das sind ja alles positive Dinge. Und die Wirtschaft entwickelt sich in diese Richtung. Also müssen wir schauen, dass wir uns auch da gut aufstellen. Und Politik, also natürlich kann und soll jeder, jede Einzelne einen Beitrag leisten. Aber Politik ist nicht nur dazu da aufzuzeigen und zu sagen, du musst das machen und du musst das machen, sondern unsere Aufgabe, unsere Verantwortung ist es, nicht auch nur zu informieren, Systeme zu gestalten und Rahmen zu gestalten. Weil ein Einzelner, eine Einzelne kann sich nur in dem System bewegen. Und wenn ich nur Plastiksackerl oder Plastikflaschen zu kaufen bekomme, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, dann kann ich halt nur die kaufen und keine umweltfreundlichere Mehrwegflasche. Und wenn ich in einer ländlichen Gegend wohne, wie auch ich im Südburgenland, tue ich mir schwer, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, wenn es keine gibt. Und da ist die Politik eben, da ist die Politik gefordert, den Rahmen zu gestalten, um Menschen einfach auch ein umweltfreundliches Verhalten zu ermöglichen. Und ich sehe da in der österreichischen Bundesregierung Null. Einen Satz bitte möchte ich gerne anfügen. Und zwar die wieder erneuerbare Energie, die Sie so toll preisen und für dies die Grünen ja stehen und Sie das durchgesetzt haben. Tatsächlich ist diese wieder erneuerbare Energie, gerade im Bereich der Solarenergie, eine Großteilsumschichtung des Drecks von einem Land ins andere. In China und sonst was werden diese seltenen Erden abgebaut. Dort wird mehr Energie sozusagen in Aluminium und so ein Prozent der Weltenergie läuft in die Aluminiumproduktion. Und wir bauen alles unsere Solarpanele und holen da die Energie raus, die woanders reingesteckt worden ist. Die Windenergie vielleicht verhält sich im Faktor ein bisschen besser. Aber wo die Grünen immer dagegen waren und wo sie alles verhindert haben in Österreich und auch in anderen Ländern, ist die Wasserenergie. Das ist die einzige Energie, die tatsächlich wirklich nachhaltig und sauber zu produzieren wäre. Aber, nein, da stellen wir lieber tausende Windkrafträder planlos in die Gegend, die alles verschandeln und versauen, anstelle eines ordentlichen Stausees, mit dem man tatsächlich nachhaltig erneuerbare Energie produzieren kann. Dafür stehen auch die Grünen, das muss man schon sagen. Ich kann das gerne erklären, genau erklären, wofür wir stehen. Den Herrn Dr. Stauding auch einmal zu Wort kommen lassen. Sie sind in sich gekehrt und denken über Ihr kommendes Statement nach. Und das würde ich jetzt noch gerne von Ihnen wissen. Als Wissenschaftler, ja, als Außenstehender auch nicht so unspannend. Nein, weil Sie die Wissenschaftler angesprochen haben. Und vieles stimmt und vieles ist einfach schwierig. Ich bin auch in Paris gewesen, ich bin mit dem Flugzeug hin, das muss ich zugeben. Weil jeder von uns ist einmal gut, einmal schlecht. Und jeder von uns ist Teil von dem ganzen System. Aber es ist unsere Aufgabe, möglichst das ganze Bild zu sehen. Es ist die Aufgabe von der Politik, nach vorne zu schauen. Und ich glaube, die Antwort gibt die Jugend. Wenn man die jungen Leute anschaut, wie die argumentieren. Ich weiß nicht, ob sie Kinder oder Enkelkinder haben. Aber die wollen, dass ihre Zukunft sicher ist und dass ihre Zukunft zumindest so gut ist, ist wie unsere Gegenwart. Und dem müssen wir uns verantwortlich fühlen. Und darum ist es so wichtig, dass man erstens der Wissenschaft die richtigen Fragen stellt und zweitens dann auch darauf reagiert. Aber dann sollte auch die Wissenschaft die richtigen Antworten liefern. Ja, und das war jetzt, wo Sie zuerst gesagt haben, es gibt auch Wissenschaftler, die dagegen sind. Eine Ziffer, und die ist wirklich interessant. Der Wert von den fossilen Reserven, was ganz wie hoch der ist, das sind 17.000 Milliarden Euro nach dem derzeitigen Wert. Und wenn man so weitergeht mit dem Fossil, dann wird das irgendwann knapp, weil so viel ist dann ewig nicht mehr da. Dann steigt der Wert zum Schluss noch sehr stark an, weil wir nur Benzin- und Dieselautos haben. Das ist ein Haufen Geld, diese 17.000 Milliarden. Und die Eigentümer sind jetzt nicht die bösen Kapitalisten, sondern das sind Länder, Saudi-Arabien zum Beispiel, auch Norwegen gehört dazu, das sind Pensionsfonds, weil die müssen langfristig anlegen und, und, und. Und jeder, der in dem System drinnen ist, der hat seine bestimmte Rolle. Wenn ich jetzt Manager bin von so einer Firma und sage, hallo, das lassen wir im Boden. Oder das, was jetzt viele schon sagen, was absolut vernünftig ist, das braucht man für die Petrochemie nicht in den nächsten 10 Jahren, sondern in den nächsten 50, 100 Jahren. Aber jeder, der das sagt, der arbeitet gegen seine eigenen Interessen. Und, Entschuldigung, und darum investiert die Ölindustrie sehr viel Geld, und das ist absolut legitim, und das ist absolut legal, sehr viel Geld in Lobbying. Und das sind in den USA, waren sie in den letzten Jahren pro Jahr 115 Millionen Dollar. Und das ergibt es noch von den, von anderen Quellen, wie die Kochbrüder, und die gewisses Interesse haben, bestimmt, da steckt ja nicht nur das Öl drinnen, sondern es sind die Motorenhersteller. Das ist ja eine ganze Industrie dahinter. Ganz klar. Die stecken weitere 80 Millionen pro Jahr, stecken die rein in Things-Tanks, die sagen, das und das soll verhindert werden. Und die jetzige Administration in den USA, die ist ja relativ flott unterwegs, weg von den erneuerbaren Energien, weil eben das ist ein ganz großer wirtschaftlicher Prozess, die rennt schon einmal in eine bestimmte Richtung. Umgekehrt haben die Lobbyisten von den erneuerbaren Energien, die haben im Vergleich zu diesen 200 Millionen Euro pro Jahr, die haben 5 Millionen, auch die machen Lobbying. Aber 5 zu 200 ist ein bisschen ein anderer Faktor. Trivago hat ungefähr 150 Millionen Euro Werbebudget, das ist ein Buchungsplattform, also so groß ist das nicht. Diese 150 Millionen hören sich viel an, aber es ist mehr als 5 Millionen. Da gebe ich Ihnen recht. Aber es ist ein Haufen Geld. Dann bin ich fertig. Uns geht es darum, der Wissenschaft, auf die richtigen Fragen, die gestellt wurden, und das ist nicht nur das Systemwissenschaftler, was ich zuerst gesagt habe, sondern das sind die Ministerien. Bei uns sagt das Landwirtschaftsministerium, der und der ist im IPCC, bei den Autoren. Und das sind 2000 Leute und die nehmen die Sache wirklich ernst. Und ich kenne viele von denen und die machen die Sachen, die arbeiten wirklich bis Mitternacht. Und die haben null Interesse, einmal das, einmal jenes zu sagen. Null. Ich kenne das Wort Klima geht. Ich kenne das Wort Klima geht und da gab es einen Tippfehler mit dem Himalaya und da hat er statt 2350 hat er 2035 geschrieben. Das Thema Leihgeld wird dann schon weg werden. Ein Kollege von mir hat gesagt, hallo, das stimmt nicht und diese Korrekturmeldung ist untergegangen. Bei einem 2000-Seiten-Bericht einen Tippfehler dann rauszunehmen, ist okay. Nein, es war nicht nur ein Tippfehler. Also in allen Ehren. Ist okay, aber es geht um die Gesamtaussage und es geht dann um die Verifikation, was passiert. Ich kenne das nicht. Aber dann nimmst du das ein Tippvergaben. Reden Sie mit dem Feuerwehrhauptmann von Ihrer Gemeinde, wo Sie wohnen. Und fragen Sie den, wie oft er früher ausdrückt ist. Keller überflutet, kleine Überschwemmung. Wie oft er jetzt ausdrückt. Jeder Feuerwehrhauptmann wird Ihnen sagen, das ist jetzt in den letzten zehn Jahren ein Wahnsinn geworden. Wir haben auch aktuelle Bilder aus Oberwölz, aus der Steiermark, wo eben vergangene Woche Murenabgänge zu Tage waren, wo Brücken eingestürzt sind durch die extremen Wassermassen. Hier müssen die Bagger die Personen von A nach B bringen, weil die Brücken abgebrochen sind. Herr Doktor, ist das unsere Zukunft? Wird das noch schlimmer? Oder wie sieht die derzeitige Situation aus? Ist das normal? Ist das noch im Rahmen? Nein, das ist eine ganz gute Frage, ist das normal. Auch das hat es früher gegeben. Es hat früher Muren gegeben, es hat früher Überschwemmungen gegeben. Es geht um die Zahl, wie oft das auftritt. Und die Niederschlagsmessungen zeigen zum Beispiel aus den letzten 50 Jahren, diese ganz starken Niederschläge haben um 25 Prozent in der Intensität zugenommen. Also das war es früher in dieser Klasse 2 Prozent, die ganz starken. Was früher in einem bestimmten Ort 100 Millimeter waren, das sind jetzt plötzlich 125. Und dieser Trend geht relativ rasch weiter und wird sich noch weiter verstärken. Und das ist ein Effekt, den wir hier in den Alpen haben, wo das Klima ist überall unterschiedlich. Die größten Probleme werden, wie schon gesprochen worden ist, werden mit der Trockenheit und mit der Landwirtschaft sein. Und das geht dann, wir können die Muren unter uns gesagt beherrschen. Weil wenn man sieht, wie rasch aufgeräumt wird, das ist schlecht. Und wenn mein Haus dort steht, ist es eine Katastrophe. Aber für die österreichische Volkswirtschaft und für die Gemeinschaft ist es beherrschbar. Es gibt andere Gegenden, da geht es an die Substanz. Da geht es absolut an die Substanz. Und darum müssen wir wirklich ein bisschen das größere Bild im Auge haben. Also nur 1,5 Grad ist eine abstrakte Ziffer. Wir müssen von den Auswirkungen reden. Jetzt kommen wir nicht an das Problemraum. Die Frage ist auch, ist das im Zuge des bevorstehenden Wahlkampfs, Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen einen anderen Twist hier reinbringen. Ist im Zuge des Wahlkampfs das vielleicht auch ein politisches Kalkül? Kommen die Gewitter und die Unwetterwarnungen und die Hitzewellen, kommen die gerade rechtzeitig für Politiker? Ganz provokant gefragt, um sich noch mal besonders nahe zu zeigen. Sehr provokante Frage, ist mir bewusst. Also niemand wünscht sich solche Ereignisse. Ich möchte auch allen Betroffenen mein Mitgefühl ausdrücken und mich bedanken bei all jenen, die jetzt freiwillig und ehrenamtlich helfen. Ich glaube, dass wir auch da unterstützen müssen und so ehrenamtliche, freiwillige Tätigkeit dafür auch bessere Rahmenbedingungen schaffen müssen. Aber wie sehr unterstützt das die Politik? Ist die Frage in den Raum? Also was ich schade finde, wenn Sie mich einmal auswählen lassen, Die Dame hat gerade mich gefragt. Ich habe sie nur erwähnt, Sie kommen gleich zum Wort. Ein kurzes Statement bitte. Also ich glaube, wenn wir jetzt diese ganze Unwetterserie nicht gehabt hätten, würden wir heute wahrscheinlich nicht da sitzen. Ich bin sehr froh, dass darüber diskutiert wird, aber ich würde gerne, wir müssten das ganze Jahr über diskutieren, was tun wir, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, um Österreich eben für die Zukunft gut aufzustellen. Über die Zukunft sprechen wir gleich. Ich möchte auch die Wissenschaft noch mal verteidigen, weil wir haben, es gibt nicht nur den internationalen Klimasachstandsbericht, sondern auch einen für Österreich, wo viele Wissenschaftler auch ehrenamtlich gearbeitet haben. Da gab es keinen Anreiz für irgendjemanden, irgendwas zu machen. Das war Eigeninitiative. Wir hatten den im Umweltausschuss, im Parlament. Alle können darauf zugreifen. Und wir als Politik brauchen die Wissenschaft, weil auf Basis der Wissenschaft wir unsere politischen Handlungsfälle treffen müssen. Also ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher sollten jetzt sich auch im Wahlkampf überlegen, wie gut ist das Thema Klimaschutz und diese große Zukunftsaufgabe im nächsten Parlament, in der nächsten Bundesregierung abgebildet. Aber wir müssen dann einfach auch ständig dranbleiben und jeden Tag daran arbeiten. Herr Sonnig, ein kurzes Statement habe ich Ihnen versprochen. Ja, also ich glaube, dass sämtliche politischen Parteien im Endeffekt die Welt retten wollen und sie werden sich alle irgendwie dann arrangieren. Konkret in diesem Wahlkampf? Genau, und es wird dann in dem Wahlkampf, ob das vordergründiges Thema ist, wenn es dann soweit ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, werden sie auf jeden Fall alle parat stehen. Ob die Grünen und die Neos die Vorreiterrolle wiederum spielen, das wird man erst sehen. Ganz kurz noch zu den Betroffenen und so. Man muss ja auch wirklich sagen, es hat auch in den letzten 30, 40 Jahren niemand so nahe an Hochwasserschutzzonen und so weiter gebaut. Man hat sie reingelassen, weil man gesagt hat, jetzt ist eh lange nichts passiert. So, und dann hat sie es weggeschwappt. Das ist nicht schön, aber das ist auch hausgemacht, weil in den alten Zeiten die Leute vernünftig genug waren, weit genug weggebaut haben. Durch die Überbevölkerung ist man immer näher gekommen. Diese Sachen hat es gegeben. Und wo ich vorhin gesagt habe, nennen Sie doch das Kind beim Namen. Nämlich, ja, diese Großkonzerne, die tatsächlich versuchen, mit aller Macht dieses Öl und auch hohen Kraftstoffverbrauch zu fördern, weil nur wenn ich viel verbrauche in meinem Auto, mache ich auch viel Kohle mit den Leuten. Da sollte man vielleicht ein bisschen ansetzen, ja. Nämlich hier wird verblasen für nichts. Und da hilft aber die Politik sehr mit, nicht die österreichische, nur wir haben zu wenig Autobauer, aber die deutsche, das hat man ja gesehen in den ganzen Abgasskandalen und so weiter, die lassen sich da einlullen und im Endeffekt kommt nichts raus dabei. Die Autoindustrie wäre seit langem schon in der Lage, noch wesentlich günstigere bzw. sparendere Fahrzeuge zu bauen. Das ist alles schon machbar. Wir sind doch jetzt fürs E-Auto. Wir sind doch jetzt fürs E-Auto. Nein, das E-Auto ist auch nicht gut. Über die Zukunft sprechen wir auch gleich. Ich bedanke mich für die zweite Runde und übergebe gleich in die Werbung. Wir sind auch gleich wieder zurück mit dem Ausblick. Was erwartet uns denn in Zukunft? Ist der Klimawandel oder die Klimakrise, wie sie genannt wird, denn noch aufzuhalten oder nicht? Schalten Sie gleich wieder ein. Also, bis dann. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Und herzlich willkommen zurück in Teil 3 zu unserer großen Diskussionsrunde zum Thema Klimawandel. Eine hervorragende Expertenrunde habe ich hier, die sich gegenseitig nichts schenken, was auch gut ist, denn nur so kommen gute Lösungen zustande. Und die brauchen wir für die Zukunft, denn so wie es ist, wird es vielleicht bleiben oder auch nicht, frage ich gleich den Herrn Dr. Staudinger. Was verspricht denn die Zukunft? Sie wird anders ausschauen als bisher, aber wir haben Gestaltungsmöglichkeiten. Es kommt davon, wie viel weiterhin von uns allen emittiert wird. Und da wird sich zeigen, ob dieses schlechteste Szenario mit, man sagt, 4, 5, 6 Grad Erwärmung, das ist nur eine abstrakte Ziffer, aber das bedeutet von den Schäden her tausende Klimaflüchtlinge, das bedeutet eine Umstellung der Landwirtschaft auch in Österreich zu der Zeit, wenn unsere Enkelkinder dann groß sein werden. Das bedeutet, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, wenn wir nicht... Weiter so agieren wie bisher, wenn wir die Chancen wahrnehmen mit den erneuerbaren Energien, die es bereits gibt und wenn wir die Chancen des österreichischen Wirtschaftsstandpunktes wahrnehmen und hier entsprechend Technologien entwickeln, die morgen explodiert werden können, die morgen in anderen Ländern helfen, die Emissionen zu verringern, dann schaut es ein bisschen besser aus, aber auch da müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das Klima etwas ungemütlicher wird, als es derzeit ist. Das heißt, erneuerbare Energien sind die Lösung für die Zukunft? Die Zukunft sind eine Notwendigkeit und Wien wird ein Klima haben, das derzeit in Athen ist oder noch weiter südlich liegt, wenn wir gar nichts tun. Frau Winter, wie ist Ihr Ausblick auf die Zukunft? Das sind Ihre Vorstellungen, was verändert werden muss in der Politik? Sie sitzen ja direkt im Zentrum der Macht, wenn man so sagen kann. Sie können es ja verändern, aber was muss verändert werden? Nein, ich sitze nicht mehr im Zentrum der Macht, ab der neuen Gesetzesperiode, aber was ich mit sehr kritischem Auge sehe, ist, dass nachdem UK eben sagt, ab 2014 gibt es nur mehr Elektroautos dort, das vermute ich auch diese Wellen nach Europa oder nach Österreich überschwappt. Das wird unweigerlich geschehen und was da passiert, das ist erst wirklich gigantisch, weil da redet man den Leuten ein, der Strom kommt aus der Steckdose, woher kommt er tatsächlich? Welche Umweltschäden sind damit verbunden? Oder Kobalt, Sie brauchen für eine so eine Batterie, für ein Elektroauto, 15 Kilo Kobalt. Kobalt wird in der Demokratischen Republik, der Name ist ja herrlich, Kongo abgebaut. Da dürfen Kinder, fünf, sechsjährige Kinder, buddeln dort in diesem roten Schlamm herum. Die werden vergraben, wenn sie gestorben sind, man weiß nicht, wie viele daran sterben. Und daran messen wir unsere saubere Energie, das ist doch ein Hohn an und für sich. Also man muss wirklich denken, was man macht, was man tut. Und ich glaube, dass die Politik da völlig einfallslos ist im Augenblick. Hätten Sie einen Lösungsvorschlag? Ja, ich hätte einen Vorschlag, dass man einmal von der Klimapolitik weggeht und zur Umweltpolitik. Und dass jeder Einzelne bei sich selbst anfängt. Und das wäre das Um und Auf. Sich selbstbewusst werden, wie gehe ich mit den Ressourcen um, die die Natur uns bietet. Wie gehe ich mit all der Chemie, die mir angeboten wird, um. Muss ich das haben? Muss ich zur Wegwerfgesellschaft gehören? Muss ich unbedingt genmanipulierte Sachen essen? Muss ich so viel Fleisch essen? Weil man weiß, wie die Nutztiere CO2 ausstoßen. Das ist ungeheuerlich. Muss ich das jeden Tag haben? Nein, es muss jeder an sich. Das CO2-Fahrer muss eigentlich nichts damit tun. Die Politik baut darauf auf. Es geht auch nicht nur ums Furzen, sondern um alles andere auch. Und die Produktion der Nahrungsmittel. Oder dass man zum Beispiel Getreide für Biobenzin und Ähnliches verwendet. Das sind Ansatzpunkte, die sind einfach falsch, solange Menschen hungern. Und würde man all das berücksichtigen, hätten wir einen tollen Umweltschutz und hätten wir einen Klimawandel, mit dem wir vermutlich gut umgehen können. Frau Brunner, der Ball liegt dann somit bei Ihnen. Das sind doch eigentlich Lösungsvorschläge, die man weiter gut spinnen kann. Oder sehen Sie das anders? Einzelne Vorschläge schon. Ich möchte noch sagen, ich bin eigentlich optimistisch für die Zukunft, weil ich sehe, wie viel sich eben tut, wie viel bei den erneuerbaren Energien weitergeht, wie immer mehr Unternehmen da einsteigen, auch andere Länder. Aber da gab es auch viel Kritik gerade. Mir geht es darum, dass Österreich seine Verantwortung wahrnimmt im Klimaschutz, aber sich eben auch gerade wirtschaftlich gut aufstellt. Weil ich wirklich überzeugt bin, dass da für Arbeitsplatzsituationen in Österreich die Chancen der Zukunft liegen. Und einzelne Beispiele ja. Ja, aber eben, ob genmanipuliertes Essen angeboten wird oder nicht, das hängt halt auch von der Politik ab, ob wir das zulassen oder nicht. Nein, wir werden, Sie haben hoffentlich schon mitgekriegt, dass wir sehr dafür gekämpft haben, wie für Atomausstieg, für Gentechnik, für Lebensmittel. Da haben wir zusammen gestimmt, weil da waren die anderen uneinsichtig. Das stimmt, ja. Und jetzt eben für die Energiewende. Natürlich gibt es immer noch andere Tendenzen. Wir haben eine Bundesregierung, die dem überhaupt nicht Rechnung getragen hat, die keine einzige Klimaschutzmaßnahme zustande gebracht hat. Zukunft ist aber eine neue Regierung. Was sind konkrete Vorschläge? Ganz konkrete Vorschläge. Wir brauchen natürlich einen Klimaschutzplan, eine Energiestrategie, um genau zu überlegen, wo bauen wir erneuerbare Energie aus, wo nicht. Wie gehen wir mit der Industrie um? Aber das sind wieder nur Fragen. Wie schärft die den Ohren? Ja, das gilt sich anzuschauen. Wir wollen den Ökostrom weiter ausbauen, wir wollen eine Klimamilliarde, wo wir den Menschen helfen, umzusteigen. Dass man vielleicht einen alten Ölkessel austauschen kann gegen ein anderes Heizsystem, dass die thermische Sanierung von Gebäuden wieder unterstützt wird finanziell. Das hat die Bundesregierung ja gestrichen. Also die Umweltschutzgelder wurden überhaupt massiv zurückgefahren. Das wollen wir weiter stärken. Den öffentlichen Verkehr natürlich ausbauen, gerade im ländlichen Bereich. Also eine Familie im Südburgenland zum Beispiel muss sich zwei Autos leisten. Das ist ja auch eine finanzielle Belastung. Ich möchte da gerne auch den Menschen im Alltag helfen, sich umweltfreundlich zu verhalten. Das heißt, die Einzelnen müssen auf jeden Fall... Natürlich müssen die Einzelnen einen Beitrag leisten, aber Politik ist dafür zuständig, Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass es eben auch möglich ist. Die letzte Bundesregierung hat da völlig ausgelassen. Ja, ich verspreche Ihnen, wenn wir da drinnen sitzen, dann wird Österreich zum Klimaworreiter wieder. Und deshalb fordern wir ein... Sie passen auf bei meinen Reden. Ich beende nämlich jede Einzelne meiner Reden mit dem Satz, dass wir in Österreich ähnlich ein eigenständiges Umwelt, Klima- und Energieministerium. Herr Sonnig, was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn das Leben ein Ponyhof wäre? Also grundsätzlich sehe ich einmal die Zukunft, was mich und meine Umgebung betrifft, recht rosig. Ich glaube nicht, dass mich das Klima in der nächsten Zeit umbringt und auch nicht so lange ich lebe und meine Kinder. Das sehe ich nicht so. Ich bin auch ganz sicher, dass weder die Politik, auch nicht die Wissenschaft, das Klima rettet oder den Wandel aufhalten kann. Der ist natürlich, der wird sich immer wieder vollziehen. Und ob dieses eine Prozent oder das andere auf unser Konto geht oder nicht, okay. Beim Naturschutz bin ich komplett auf eurer Seite, bin ich komplett bei Ihnen. Ich glaube, da gehört viel mehr gemacht. Und ich glaube, das sollte man dann auch so benennen. Man sollte den Menschen keine Panik da sozusagen machen und daraus politisches Kalkül ziehen oder machen. Das ist einfach nicht fair, nicht in Ordnung. Macht es anständig, kümmert euch sozusagen um das, was wirklich Sinn macht. Das werden die Leute auch verstehen. Aber macht es Ihnen keine Angst, dass wir in den nächsten Jahren da oder weiß ich nicht in der Sonne brutzeln werden. Das heißt, Sie haben auch keine Angst vor den 6 Grad mehr, wenn es in Wien dann ähnliche Temperaturen wie der zu den Athen hat? Das hat sogar der Experte selber gesagt, dass das eine Hausnummer ist. Die wird halt angenommen aus irgendwelchen Szenarien, die gespielt werden. Wie seriös diese sind, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass die 6 Grad eine Fiktion sind. Herr Dr. Staudinger, diese 6 Grad sind eine Fiktion. Kurzes Statement von Ihnen? Nein, nein, sicher nicht. Das kommt davon, wie viel limitiert wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wie viele localen Ausbrüche, wie viele auch das? Aber es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Die Modelle haben relativ richtig vorhergesagt, was wir jetzt für einen Sommer haben zum Beispiel. Also nicht ein einzelnes Sommer, aber wie ein wärmerer Sommer ausschaut und dass Temperaturen von 40 Grad in Österreich möglich sind. Das hätte vor 10, 15 Jahren noch niemand geglaubt. Wir haben es jetzt erlebt. Gut, dann ein abschließendes Statement noch von Ihnen, Herr Bernhard. Wie sehen denn konkrete Vorschläge von INEOS aus im Thema Klimawandel? Es gibt im Wesentlichen zwei Punkte und ich möchte der Kollegin Brunnen einen Punkt recht geben. Das Problem, warum wir uns jetzt noch intensiver beschäftigen müssen, ist, weil in der Vergangenheit beim Thema Klimapolitik in Österreich nichts passiert ist. Gar nichts. Weder SPÖ noch ÖVP. Für uns gibt es zwei ganz große Hebel. Das eine ist, wenn wir wissen, der Mensch wird sich anpassen. Weil auch einfach, weil der Diesel irgendwann aus sein wird, weil Plastik nicht mehr im Supermarkt ist, weil da auch Erdöl drin ist und, und, und. Dann bedeutet das, dass wir auch unser Steuersystem überlegen müssen. In Summe muss klar gesagt werden, es darf nicht mehr besteuert werden als jetzt, aber es soll anders besteuert werden als jetzt. Das heißt, weniger Steuern auf Arbeit, auch weniger Steuern für Unternehmen, aber mehr auf Ressourcenverbrauch. So, dass jeder entsprechend das gestalten kann, was auch in Abkommen passiert. Das ist eine Lenkung, die funktionieren muss. Das ist ein 15 Jahre altes grünes Modell. Danke. Zweiter Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist die Frage, wenn sich Wirtschaft verändert, weil sich eben alles verändert, wie bekommen wir die 200.000 Arbeitsplätze, die wir jetzt schon haben, zu noch mehr Arbeitsplätzen in der Umwelttechnologie? Und da ist die Antwort tatsächlich, wie in allen anderen Wirtschaftszeichen, Entbürokratisierung. Da haben wir dann auch eine Zukunftstechnologie, die wir exportieren können. Das sind die beiden wesentlichen Forderungen. Vielen lieben Dank. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, aber vor allem vielen lieben Dank an meine großartige Expertenrunde. Es hat sehr viel Freude bereitet, mit Ihnen zu diskutieren. Ich glaube, es sind sehr interessante Informationen für Sie mit dabei gewesen, wie die derzeitige Lage aussieht. Wir sind uns einig, es gibt einen Klimawandel, dass wir alle dazu beitragen müssen, dass dieser nicht zu arg ausartet. Da sind wir uns auch einig. Insofern haben wir zumindest ein bisschen Konklusio gefunden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und Unterhaltung mit dem Programm von OE24 TV. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.